Hey, man hört sich mal auf Spieltests! Hey, das bin ich! Ja, ich bin systemisch! Dann müsste das doch auch bei dir gehen. Frag einfach mal Google! Bist du nicht! Wichtig! Allah! Oh vichtig! Mann, nimm! Hier kommt keiner zu. Ich hoffe, dass er nur wichtig ist, aber... Mann, das ist gut. Oh, ein Schaber. Ach komm, ich bin gekackt. So Leute, auf jeden Fall ist hier heute ein Live-Team. Oh, das ist gut. So, von oben redet endlich mal das Spiel fest. Und den muss man das machen. Was? Was, du holst dir gleich mal einen rein? Kann es sein, was du irgendwas mit deinem Internet hast? Ja, der G-Set ist jetzt hier drauf. Ah, lass. Oh, oh. Oh, oh. So, Nomi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, okay, ich bin so ein Ball. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gulasch. Mann! Was? Ach, Punkt, ach, Punkt. Ich lade dich mal ein. Was? Lass den Wärmesucher spielen. Mensch, wo bist du denn schon? Mancake. Norman? Bist du noch online? Nee, ich mache das bei Bela. Ah, kann ich denn noch eine Runde spielen? Ja, ja. Ja, gut. Forbidden Tempel. Was ist mit dem Protokoll? Was ist mit dem Protokoll? Basta. Okay. Oh, komm, nee, nee, das ist ja wie geplant, die da jetzt eigentlich, die Hacksfläche. Wir sind alle okay. Oh. 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 Woo. Oh. Oh. Lecker! Nein! Oh Junge hat das Kart rumgelegt! Hammer! 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 Oh Norman, wie fandest du mein EA-Gönnungsvideo? Und wie fandest du mein EA-Gönnungsvideo? Was? Ey, was wird dein Internet los? Ich bin noch im Match! Ha 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 awards B Ja, ich weh, dass du ein Baby bist! Ha, das darfst du immer so! Nachher wenn du auf meinem Zimmer bist, sieht das immer ganz anders aus. Ich hab auch immer einen schlechten Ping, also im Rückenfall auch. Ja, aber nicht wenn du mit mir spielst, ich sag's dir mal. Keine Ahnung. Warte, ich komm raus. Das will ich mal jetzt angucken. Oh, meine Eicheln. Kackseid. Oh, nur die Leute gucken zu das hier wirklich nicht. Ich bin die ganze Zeit schon live. Ich bin die ganze Zeit schon live. Was? Hehehe. Hehehe. Wirklich? Ich hab... Das hat jetzt richtig was gebracht. Hab ich das ganz Gefühl? So früh, okay. Ich muss dir nachher nochmal eine Story erzählen, wo ich heute mit dem Fahrer unterwegs war. Warte, das... Warte, das... Na, egal. Wir streamen eh nur noch bis 20 Uhr. Oh, ein Kommentar! Da guck ich direkt nach. Da guck ich direkt nach. Stimmt MPB, Picker Paul. Oh nein! 15 Abonnenten! Katja Lehmann! Lüssi! Katja Lehmann! Lüssi! Alter, was ist denn los? Der größte. Nein, den hab ich nicht! Also... Oh, der hat sich nur mal gedreht. So ein Kack. Ja, die war schon lecker. Nee, ich bin nicht Lucy. Ich bin nur ein guter Freund von Lucy. Ich bin nicht schlafen. Ach so! Ach so! Na ja, ich bin so ein Zeichen! Na ja, ich bin so ein Zeichen! Ja, aber vor allen Dingen, ich bin immer auf dem falschen Körper. Ein Spieler in der Gruppe hat eine Party gestartet. Oh, Lenny! Ah, das ist ein Willi. Lenny hat mich in eine Party hingeladen! Hm, was haben wir denn da bitte für gemacht? Ich bin nicht sehr erfolgreich. Auffalter. Ja, Anja. Was? Ja, da konnte ich nichts machen, habe es zu spät gesehen. Ey, guck ich das an, wie ich den da gehalten habe. Also, darf ich mal machen? Ja, da. Ja, da. Hm, Asana. Keine Ahnung. Masana. Genau. Bester Kicker, äh, ab. Bester Schub. Ey, die Katja Leder hat noch nicht mal Abo daien lassen. Äh, Like daien lassen. Für diese kundige Katja. Ist die aus der Nordklasse oder was? Ey, die hat mich geboomt! Woher kennst du die denn aus der Tudor oder was? Hallo? Woher kennst du die? Woher kennst du die denn? Woher kennst du die denn? Warum schreibt sich denn nur sie in den Shit? Ja. Ja. Kamerad. Ja, ne Kamerade noch. Komm, Norm, das hol mal jetzt auf. Ich brauche eh nur noch ein bisschen. Mann, der Schub! Ha, ne reicht. Reicht schon wieder. Oh, das sind Deutsche. Oh, so viele Leute. Ach komm, warum hat mich Emma auf Snapchat geaddert? Traurig. Sehr traurig. Autorik ist nur so in den Schropf. Was? Kennst du noch MTB Big Pop bauen? Shit, das ist ja Copyright Musik. Scheiße, das ist scheiße, was das Copyright ist, genommen, das ist Copyright Musik, das ist echt scheiße, Mann, wie kann man, ja, ich hatte auch gerade angehabt, mein Ding, warte, Musik, brech nochmal ab im Spiel, Mann, das ist Copyright Musik, wird man das lang laufen lassen, warte, mach mal den Lutz aus, ich meine, wie macht, was, so war ich mein Herz hier drin, hab, warte, Mann, jetzt gehen wir schon in eine Runde, Warte, 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 Mach du mal 5-Rund-Klarn-Duell, das Was ist, das soll ich immer noch zoppeln, da kann ich nichts machen, Moment, soll ich die sich immer noch zoppeln, da muss man, da kannst ich nichts machen, Moment, soll ich die sich immer noch zoppeln, darf man, das ist korrekt und sagt, man kann nicht добр werden, wenn man es noch drarken kann, was ist, wo ich nicht Ali, gleich darf, das ist nicht Okay. hihihi wie sie vorm Ball geschützt hat wie knapp volle Konzentration jetzt hier ey wir haben so einen Rotzping-Normeln ja das ist die letzten Tage und nur so bei mir immer unterschiedlich vor allem bei Wärmesuche ist bei mir immer ganz schlimm Mann so scheinlich hat er sich berührt ich hack mich ach was für E-Pile E-Pile sind sie was sieht das an Mann was ist das Mann was machst du Mann was machst du Mann du musst essen Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, keine Ahnung. Aber Fortnite ist kacke, weil PC geht das nicht. Du brichst zusammen die ganze Zeit und meine Switch hab ich grad nicht. Wann kriegst du deine Switch wieder? Ja, ne, meine Schwester hat die grad. Wann kriegst du die wieder? Ich weiß es nicht. Okay. Und ciao, bis gleich. Bis gleich. So, Leute, was wir jetzt allein hier so Bude schmeißen. So, was wollen wir denn sowas? Ey, ist hier toll. Das muss ich nochmal angucken. Das ist ja voll nice. Du hast ein kostenloses Item. Ach, das. Das ist voll nice, finde ich. So, Leute, jetzt zeige ich euch mal ein paar Erdöwitz. Also versuche ich's zumindest. Hey, we're on geht's. Die Magpie. Die Magpie. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, da brauch ich nicht gehen. Ah ne, ich schmall immer gegen die Karten decken. Oh, da brauch ich nicht. 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 Ah! Ah, ich kann nicht mehr. Ah, ich kann nicht mehr. Was ist das? Ich habe das Gefühl, das ist das Gefühl. Mann! Das war's für heute. 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 war's für heute. war's für heute. Das 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 war's für heute. ich weiß jetzt wollen wir immer so einen schlechten ping hatten weiß warum war auf gamma auf den usa server gespielt ich bin ich ein bisschen voll ok 10 alter man kann nur auf europäischen server spielen ja immer auf toilette ich habe jetzt aber umgestellt ja 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 du ja Ah Gott, du hast den Trick gemacht, du einundreißler. Nein, du musst aber auch schon mal auf Europa zur Verfügung stellen. Nomen, du musst auch auf Europa zur Verfügung stellen, dann sind wir trotzdem einen schlechten Punkt. Das sage ich dir nach der Runde. Das kann man nur vor einer Runde machen. Oh. 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 Das war's. Oh, wie krass. Warum hast du das Team verlassen? Okay, der nicht. Ja, du hast einen 999er Pink. Da steht hier Bro, TM8. Achso, dein Teammate ist ein Noob. Das 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 ist ein Noob. Mann, Digga, wie kam der Ball? Gucke ich das an? Das ist ein Noob. Mann, dieser Wichser. Ich habe deswegen nicht viel gesehen, weil er stand oben. Er stand oben. Mann, ramm mich nicht! Ich schreibe gerade mal in den Chat. Hübsch, Gott. Digga, 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 Digga! Warum kannst du dich nicht bewegen? Ich schreibe gerade mal in den Chat. Ich schreibe gerade mal in den Chat. Ich schreibe gerade mal in den Chat. Ja. Du gehst auf Spielen? Warte! nein nicht da auf normal spielen denn auf zwanglos den städter arenen regionen rechts oben den g auf regionen auf regionen denke ich auf europa bei jahr beim folgen ich bin turnier beigetreten zwei kommentare wo bist du bist du noch online bis gar nicht nur acht auch da bist du ob sich selbst wenn ich auf einmal voll und hallo moin ob ich werde mich aus versehen voll ob ich habe ja nur ein paar einladungen geschickt bist du drin ja hast du bist doch bei mir drin worte wir treten mal tun ihr ball bei 4 was geht rocket league geht eigentlich man was ist das egal spielen wärmesuche oder lassen wir mal 2 2 hat nun mal abgebrochen alles was beinahe ok empfohlen ja mach mal wir holen sieg jetzt ja eigentlich habe ich auch kann jetzt noch machst du jetzt problem wo bist du man was halt schon wieder für ping na ja toll jetzt mit dem bot spielen Das war schon das 1-0 hier. Norden sind ein Klan-Duell, das ist wirklich für unseren Klan. Ah, wie dumm! Ich bin so scheiße in dem Game. Oh, jetzt hast du mich eingeladen. Ich bin hier in einem Club-Duell. Tret mir bei! Du hast bestimmt noch ein paar Einladungen. Du hast auch noch ein paar alte Einladungen. Der war nicht hier weg. Mach das! Mann, jetzt boomt der Kerl auf mich! Ah! Schön, wie? Ah! 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 Ey! Was sind das denn für Mutti's? Team Forever Pink! Wieso macht man's? Ah! 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 Er spielt für mir! Drei Leute gucken sie! Komm! Guck die auch hin? Nein! Nee! Ich auch! Ja! Oh! 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 Ich bin noch abgestopft! Ich bin noch abgestopft! Ah! Oh! Oh! Ah! Ah! Wir müssen gehen, wir müssen gehen! Nein! Was geht bei denen? Wir müssen die Wir müssen die Wir müssen die Wir müssen die Jäger, aber du misst das nur so rum, du misst das. Wo kann ich das? So, das geht's. Fütter raus! Ja, schön, warte. Richtiges oder nur ein Benutzerdefiniertes? Norman, ein richtiges oder ein Benutzerdefiniertes? Ein richtiges oder ein Benutzerdefiniertes? Oh ja. Ach komm. Ich hab gedacht, du gehst um richtiges. So, los. So, los. Komm. Ja. Richtiges. Ne, ich meine Nomen, ob er ein Benutzerdefiniertes oder nicht. Eigentlich. Nicht euch dann. 4 Likes, was wird. Danke, ne. Eine hier drüben. Wie denn noch ein? geht. Ahaha. Digger. Was ist das nur? Wollah! Warte, ich lade dich mal ein. Ah, ja, bist du. Wie heißt das Turnier? Mensch, wie heißt denn das Turnier hier? Schön. Hier jetzt auch ein Turnier. Ist der noch ein Fan-Ping? Schmeckt. Mama, wir sind ein bisschen pink schon, nirga. Mama, grüß dich, du Kinder. Digga, rast nicht aus. Alter. Alter, was geht bei dir denn ab? Schön, deine Nuggets, Nomen. Oh, jetzt wärst du jetzt bei mir reingekommen. Bist du das? Nee. Ah, das bist du, nice. Lass mal beim richtigen Turnier mitmachen. Eier. Norm, du wolltest doch in 20 Minuten zu deinem Nachbarn. Na, okay, ne Runde geht noch. So, ich stell jetzt einfach auf Europa, ganz einfach. Nee, nee, das stellen wir mal auf ETS. Asien, Süd, Asien, Festland ein. Spaß. Weiß ich nicht. Hau rein. Schönen Tag noch. Ja, ähm, morgen verspreche ich dir, wir machen Fortnite. Ja, hoffe ich auch. Ach, ich geh jetzt FIFA 21, jetzt reicht's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.